Musik Einmal ein ganzes Jahr lang auf einer einsamen Insel zu sein, das wäre ein richtig schöner Traum. Aber gibt es da eigentlich Schokoeis? Und Internet haben die da ja auch nicht. Einmal mit einer Rakete eine Woche lang zum Mond zu fliehen und das von dort oben auf die Welt herunterschauen, das wäre ein sehr schöner Traum. Aber kann ich da oben auch meine Lieblingsserie gucken? Da gibt es doch nicht mal Fernsehen. Ich glaube, ich weiß was viel, viel Besseres. Und das ist nicht nur ein Traum für mich, sondern für alle. Einmal alle Menschen dieser Welt auf meine große Geburtstagsparty einladen. Ob aus Afrika, aus Europa, aus Amerika, aus Russland, der Ukraine, aus dem Irak oder Afghanistan, aus Nord- und Südkorea, egal von wo, von überall auf der Welt. Alle bekommen dann von mir eine persönliche Einladung. Und darin steht, dass ich keine Geschenke will oder sonst irgendwelche Dinge, die ich nicht brauche. Sondern ich schreibe dort ganz einfach auf die Karte, Hashtag, ein Tag für den Frieden. Ich schreibe dort ganz einfach auf die Karte, Hashtag, ein Tag für die Karte, ein Tag für die Karte, ein Tag für die Karte, ein Tag für die Karte. Ich schreibe dort ganz einfach auf die Karte.